Die geht da drunter, das Kabel. Das geht hier hinten hin. Hier. Und außerdem ist das ein Messfluggator. Da ist so ein Kabel hier, dieses gelbe. Hier, wo ich draufstehe, die gelben Sachen. Ja. Das ist alles HV. Und hier hinten ist irgendwie 13.000 EU oder so auf das Weiße. Mhm. Deswegen alles gut hier. Ja ne, warum? Nicht, dass man die machen muss, weil ich kann nämlich kein Messflugger und so dran anschließen. An die Redstone Energy. Klar geht das, an die Redstone Energy. Dann machst du von der Redstone Energy, gehst du auf den BC Consumer. Das meinte ich doch gerade, du Vogel. Dann nimmst du die Energiebrücke, aber dann musst du ein IC2 LV-Producer haben. Low Voltage, Mittel Voltage und High Voltage. Also, dass das nicht explodiert. Ja. Ja, das waren die doch. Oder du tust da frei Upgrades rein. Ja, aber ich brauch da keine Upgrades reinmachen, weil das das Große ist. Ja, gut. Dann sind die Großen. Willst du noch ein bisschen Essen mitnehmen? Fleischmäßig? Ich bin schon weg. Ich weiß gar nicht, wie viel Fleisch hier mittlerweile. ist, wie ein Buch mitnehmen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. 95 Meter. 3.889 Fleisch. Checkport. Ja, doch Gott. So, irgendwo hat dich noch welche von den Düngern. Und wo es wirdst du? Bestes erstmal suchen. Ja, suchen. Ich freue mich. Alles klar. Ja. ja das wird gut ja gut passt was willst du flash ich habe hier immer noch eine quarry dran ja aber mir muss erst mal das system stehen dass ich überhaupt eine quarry anschließen kann also ich mache ich nehme ein ultimate hybrid solarpanel nehmen consumer energie britsche und flutus und klatsche das an die query dran braucht er nicht so viel aufbau haben und da was in einer chest hinter das muss ja alles ins system einsortiert werden wenn ich noch mehr gestehen haben wain maker ich weiß jetzt nicht ob der jetzt wain maker kann ja okay alles klar haben wir die nicht das auch nicht keinem lassen wir es mal machen hier wenn wir noch ein paar mehr gemacht nein hast du nicht oder wollen die in die becks die nicht aus dem gelächter ja dann auch sein ja waren sie auch bestimmt glück ja was wir auch lenken kann habe ich da unten den hebel umgelegt und ich brauche ich weiß gar nicht viel monster mittlerweile sind hier irgendwas an die 500 monster ja alles klar okay das war damit drin was ich aus dem gelächter ich müsste es nicht mehr so stark bleiben die ganzen monster sterben gerade ich weiß nicht wie viele es geht gerade gut ab ein bisschen ein fp ist hier noch nie im keller ca jetzt kann zumal die kauf dem das war alles her das ist markt der neunstige die charts und hier pistens Das kann ruhig mal weiterlaufen. So kommen wir mal. Ja, ja, ja. Okay, Centus hat einen Schaden. Offiziell bestätigt der NASA. Ja, alles wird gut. Beruhigen Sie sich. Legen Sie sich aufm Boden. Fangen Sie an, sich nicht zu bewegen. Du machst einen Zaden. Ne. Einen Zaden hast du. Sergeant? Einen Zaden. Einen Schaden. Jetzt nein. Da was ich anfangen können. Oh, dann Shank. Gravel. Egal. Hier viel Graf. Gravel! So, aber jetzt muss ich es noch vollzütteln. Achso, hier genau. Was sind da gerade durch... Ach, Karotten. Karotten! Kartoschkis! Ne, Kartoschkis habe ich gar nicht. Ne, wie soll nicht. Ne, aber da ruhig... Ich will gleich noch mal ein Turtle programmieren. Ich will mal gucken, ob das funktioniert. Was ich schon vorhabe. ... nochmal. Ja. Jtrs hast doch bestimmt einen nur Scheiße froh ehrlich. Ach neee, würde nicht so sagen. Ne, du noch nicht. T-R pas noch próp. Das ist ne Crafting Firming Turtle, genau. Hab das irgendwie noch Turtles? So.. So.. So. Ja, zack, zack. Natürlich falsch gebaut. Craf .. Turt, da sind Turtles noch. so war das die lachen indianer okay schlecht eine ho und zwei haus gegen einen po sagt das vielleicht schon schreibt mexico nein ich will was ausprobieren und so lange dass man mit der ende chestern und nicht so schnell vorangeht die name schon mal brauchen wir uns klar sind ein das ist nicht britney bitch sondern ender bitch ja leute ich hab zum dach schauen das gegangen aber nicht so wie du was schlapp hast du was schlapp hast du ich programmier mir jetzt okay was du programmierst jetzt ein ja was soll ich mir sonst programmiert das ist einfach mal ob es funktioniert was denn kartoschke ist ja unten damit oder wie also die bug switch war einfach mit inner turtle zu machen ach so probieren geht über studieren als 11 v production war dass ich da nicht probier's aus habe ich glaube ich sogar noch die befehls leisten dafür aber ich mache ich mal ganz und geniert ja ich jetzt aber mit meiner aufnahme einfach in meinen testfelder müsste das doch eigentlich sein wenn ich das aufgebaut habe hier sind die türde sogar da hinten ist es will mich an das programm copper cable haben wir da ist es ich habe das programm gefunden ich wusste dass ich so noch 1 2 3 alles sind seine schuld alles sind seine schuld alles sind seine schuld alles sind das eine schuld ja aber nicht aber nicht aber nicht aber nicht krach machen krach machen vielleicht nicht ja auch das mal über handy nein so dann nicht so braucht er nur zwei stück nicht drei zack 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 alles klar was denn ist alles gut ja ich weiß bei mir ist einmal gut und bei dir dass du nicht schade dass du weißt alles ich glaube ich mag das hier wenn ich das jetzt wieder speicher und wieder da müsste das funktionieren wenn der ich glaube ich habe ich habe die adresse noch da gehabt dass man die lesung nicht schlimm ist ja nicht so dass das nur gewalt gewaltlistet ist nein die ist gar nicht sichtbar gewesen ist gar nicht sichtbar gewesen ja und wird doch scheißegal gewesen ist doch gewaltlistet mit server äh spiel verrate mir warum ich gerade 2 fps habe ähm weil du behindert bist ähm ich glaube ich muss mal eben die welt aufbauen uuuhh gefährlich äh also ich muss ich weiß jetzt wie du dich fühlst mit den wenn es leckt hier bei mir äh schön ne ich habe geschweige denn 2 fps naja das ist doch schön auf jeden fall das ist doch schön ich glaube ich schalte mal eben die monster farm ab so gut mache das ich glaube dass ist gerade das gefährdest hier so fühlt sich zähn dass meine leute es tut mir sehr leid jetzt gerade will ja kein zähnstus sein glaub ich dir ey da bin ich an der monster farm dann läufts wieder jetzt kann ich wieder den monster farm abschalten achja so ist das heuerlich ich glaube davon habe ich keine mehr man sollte es doch richtig schreiben da auch nicht was er soll er schlafen sagt noch zwei stück aber reicht ja nicht ich brauchst du nicht die kontaktion die komische stäbe ja warte welche sagst du kontaktion kohle reception redstone energy conduction wird so ein conduction kohle oder was für die redstone energie okay ich weiß nicht was du willst ohne witz womit läuft deine energie du penis du meinst die redstone pipes oder was dann sagst du die redstone pipes und nämlich diesen komplizierten namen hast du weißt alles ist wie gesagt dass die pipes dann hätte ich gesagt da habe ich nur welche 34 stück bräuchte ich nur davon größte nicht gerade muss ich mir mal welche davon kriegst du keine mehr da habe ich hier hartglas und das andere als habe ich hier irgendwo gehabt das elektron habe ich doch hier irgendwo gehabt hat er noch gesehen gehabt auch da natürlich gehe ich ein zu weit zack 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 wirst bist blöd bei mir na ja 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 also das klasse bei mir immer natürlich gerne aber diesmal nicht nein diesmal nicht die ist nicht im arsch auch nicht am arsch das hättest du wohl gern ich weiß aber ja geschossen ist das ding so hoffen das stück